Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Gestern hatten wir das Trio-Turnier gespielt, bzw. wenn ihr das Video seht, ist es gar nicht mal gestern, da ich das Video hochladen werde, während ich auf der Klassenfahrt bin. Ja, ich habe das in mehrere Parts unterteilt, jetzt werdet ihr den ersten Teil davon sehen. Lasst gerne ein Abo da, um dann die anderen Teile nicht zu verpassen. Und ab Freitagmittag gibt es dann wieder aktuelle Videos und während der Woche jetzt gibt es nur verproduzierte Videos. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und jetzt viel Spaß mit den Highlights. Dann gehe ich hier oben hin. Bitte. Oh, Digger. Keine Waffe. Ich kann mich verteidigen. Immer noch keine Waffe. Revolver. Da schielt. Oh, Kiste. Ich glaube, es liegt für jemanden. Ja, ich denke du so. Ich habe schon angenommen. Ich gebe ihnen dann. Elfer. Lars. Ich habe ihn einmal gesehen. Mit der Diegel hat wer geschossen. Womit? Mit der Diegel? Nee, mit der Panzerie. Da unten. Da an der Seite. Sieht kacke aus. Hat ein 26 aufs Schild. Roboter. Oh, da. Da ist auch noch einer. Roboter. Ach, nee. This game sucks so hart, Digger. Das einfach abbauen. Ey, ich falle. Nee, ich habe keinen Metzger. Hab ihn. Oh. Meistens, Digger. Oh, ein Punkt. Irgendwer besser als mit dem. Hast du ja. Hat ein 30er. Nein. Roboter. Oh, mein Gott. Das ist so schlecht. Hab einen. Ey. Ach, nee, Alter. Ist so lächerlich. Der war low. Den hat er noch nicht alles zu tun. Nee. Oder? Nee. Oh, geil. What the fuck? Seit wann kommen keine Leute mehr nach Frosty? Frosty ist doch so WM-Mainort. Ja, ich glaube, das war so ziemlich erst eher, also es war, klar ist das ein geiler Loot-Spot so. Aber natürlich durch Baller war es sau attraktiv. Ich hab gesniped. Da ist er, sein dritter Mate. Sollen wir ihn, äh, ausweichen, oder? Ja. Ich muss einfach hier runter. Was liegt da goldenes? Die gehöre nicht mehr. Was magst du lieber? Blau Pump oder golden Tag? Äh. Mir egal. Was magst du lieber? Tag. Gut. Gut. Pump ist schon, weil... Nicht so da ist. Und sehr ruhig, ich glaub nicht zu, dass du denkst und abkommst. Alter, ich dachte, da wäre der Gegner und dabei war es, war es der Mast vom Schiff. Der Baum? Nein, der Mast des Schiffes. Oh, ich hab einmal fast auf den Baum geschossen. Oh, hier sind Shockwaves. Hier ist wieder so ein Ding. Mhm. Das ist jetzt so ein Sweeter. Hier kommt, äh, hier kommt nichts hin. Es wird ersetzt mit nichts. Hier ist einfach nur ein Loch danach. Ein Loch. Naja, also so ein, ein Block tiefer einfach alles. Da wird vielleicht eine Konzerthalle drauf gebaut. Da hinten? Kommt das? Und da? Der Wude von drei gleichzeitig. Hat er nicht irgendein Schockwaves? Ja, ich hab Schockwaves. Wollen wir? Ja, ja. Okay, let's go, Leute. Geht mal aus dem Weg. Ich hab mich in den Gegner katapultiert. Ach nee, ich bin nicht leasert. Oh, shit. Ich hab ein Headlock bekommen. Oh, die Sohn macht so Auge. Ey, alle lasern auf uns, oder? Gefühlt. Ja. Ist das Trio eben halt oben auf dem Berg. Ey, Alter. Können wir machen Minis. Ey, und jetzt noch. Ein 850er da. Hab ihn gesniped. Ah, Digga. Leuchtet ich nicht versichern sollen? Ja, oder? Alter, wurde ich gelasert. Haben noch einen 150er? Oh, nice, Alter. Kann jemand hier die Wand halten? Muffin. Ja, warte. Jetzt ist egal, oder? Ah, ich bin... Alter, richtig Laser. Oh, komm, 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 komm. Ich werde von oben und von der Seite abgesprayt. Bin quasi tot. Ja, ne, du... Oder, ne, du hast das dann, oder? Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ne. Ich hab ihn auch. Wie nicht? Ja, bin ich voll. Hast du noch was zum Heelen, oder sowas? Oh, nee, die warten auf uns, ey. Jetzt wird... Ich bin tot. Ha! Das ist so kacke. Das ist so schlecht. Junge, wir wurden komplett von allen gefokust. Ja. Kann man auch nichts machen. 300er Pfing. Da vorne ist ein Gegner. Also noch mehr. Ich glaub, da... Könnten vielleicht sogar viele sein. Vielleicht ist da wer gestorben. Ich mach ja gar keinen Charme, ne? Ne. Hast du noch irgendwas zum Heelen? Ein Mini. Ja, okay, ich... Ja, oder soll ich nehmen? Ja. Nein, hab hier. Ne. Einer macht Auge auf uns. Glaub ich schon. Ja, geht jetzt raus. Nee, der. Wir müssen noch space- último abgehauen. Oder Lahrsungshof abgehauen. sind wir in der zone ja 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 ich habe noch 150 ist unter uns direkt berg immer gemeint die ecke hier das ist ein driftboard im driftboard und fahr schnell zone oh mein gott schnell ich habe jetzt noch ein baum ich bin direkt mitten Oh, die sind noch welche. Stopp, stopp, stopp. Oh, shit, das war dumm, das kann man jetzt. Hier geht das wieder, oder? Oh, ihn einfach ganz an, hier ist doch kein... Maybe bekommst du 6 Nets und dann... Oh, die machen. Nice. Wieso intromieren? Ist das so nervig, dass es nicht der Upgrade ist? Prentin, jetzt muss ich ja Mets sparen. Oh, da ist ein Pfeiler. Du warst Jumppads, scheiße. Alter, ist komplett low. Komm, du musst... Stell im Ferber in der Zone. Du musst deine Mets holen. Ja, jetzt komm, rein, rein. Drei Ticks? Passt, aber kommt fest. Ist gut. Was? Ach, Bruder. Ich konnte nichts bauen. Letzte Runde hätten wir mehr machen können, hätten wir nicht dauerhaftes Zone-Anlag gehabt. Und hätten wir Mets gehabt. Ja, also, Gegner sind oft gepressured. Ja, wir wurden ja auch irgendwie gefühlt manchmal von drei Trios gleichzeitig gepressured. Ich brauche nur noch mehr Zeit, dann bin ich ganz voll. Ich bin ganz, ganz, ganz voll. Genau. Ganz, ganz, ganz voll. Ich baue hier die Schienen ab, die eben fielen. Aber bei, ich mache es. Wolle du oben auf den Berg auf? Äh, Jan, könntest du bitte gehen, weil wir spielen halt dieses Turnier. Weil er hat zwei Lootjobsjagd nebeneinander. Sollen wir hierbleiben? Ja. Ich weiß nicht, wer da überhaupt reingekommen ist. Haben wir nicht... Oh, Deger! Da hast du was Menschen getrinken. Tschak, tschak. Oh, okay. Die im Inner... Ist er alleine? Er ist doch alleine, oder? Hab ich in Heimer gesetzt? Nee, hier ist noch nicht nass. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Wir fangen in die falsche Richtung. Komm, komm. Komm, komm. Ich hocke mich gleich weg oder? Es geht wieder. Jetzt geht der Alu. Äh! Jere! Mann! Alter! Mann! Alter! Nein, 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 nein!